Hallo und willkommen zurück zu Witcher 3. Seit langem nicht mehr gespielt und sorry für die lange Pause, aber ich habe Fallout 4 geschenkt bekommen und ich musste einfach ein bisschen Fallout 4 spielen, täglich, stundenlang. Vielleicht noch kurz zur Info, weil ich es ein paar mal gefragt wurde. Fallout 4 kommt erstmal kein Let's Play, weil ich das wirklich jetzt gerne für mich spielen möchte. Und bei einem Let's Play, das kann ich dann immer nur so ein paar, alle paar Tage mal so für maximal zwei Stunden spielen. Und Fallout möchte ich einfach so ein bisschen für mich halt so täglich immer mal ein bisschen spielen können und deswegen habe ich mich da jetzt erstmal gegen ein Let's Play entschieden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und mit Witcher geht es jetzt aber auf jeden Fall weiter. Wir müssen den Rittersport noch befreien und ich glaube, wir konnten nicht zur Eingangstür rein. War das so? Also ich kann Wir können sie belauschen, ich kann was durch die Tür klauen, aber Ich komme nicht durch die Tür rein. Da ging es irgendwo anders noch. Oh, ein Stall. Rittersport geht es gut. Wir können warten. Zumindest klingt er noch ganz munter, von daher. Wo ist der denn? Ach, da ist der Geheimgang. Gefunden. Dann retten wir mal den Poet in Mythen. Dann retten wir mal den Poet in Mythen. Oh, Farbe. Sehr lustig. Wer hat sich denn hier ausgelebt? Wer hat sich denn hier ausgelebt? Das, mein Freund, ist das, was wir nennen, ein Assume-Datum. Kann ich mir, dass ich meinen ganzen Titel zeigen kann, dass ich jeden geübertet habe, den ich überrasse habe? Ähm. Jetzt, wenn du dich da nicht... Oh, ich muss doch irgendwie wieder... Vielleicht wird es mir nur wieder nicht angezeigt. Was passiert ja mal. Kletter doch. Danke. Oh, da wurde ruhig gestellt. Buttermesser? Nö. Haben wir da unten nicht noch irgendwas in der Kiste? Egal. Wie, nein. Schön, dich zu sehen. Mach hin, stirb nicht. Ich versuch's. So. Sollen wir den Knebel wirklich entfernen? Makelloser Rubin. Ich will dann erstmal in mein Inventar gehen und, ähm, mal schauen, was wir da bekommen haben. Ein Rune, zwei Prozent vergiften, die interessiert mich nicht so. Okay. Alles nicht so interessant. Der Rubin verkauft sich vielleicht teuer, ich weiß nicht. So, was haben wir denn hier noch so? Hm, ich könnte was essen. Na gut, na gut. Wollen wir dich mal los machen. Okay. Priscilla, what are you doing here? You were right. You have me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his reason after years. She chevied and chevied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt! Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. I know you tried to help her. Gotta say, I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr., of all people. No one else came to mind. Maybe, given more time, I'd have done things differently, but Ciri said the Wild Hunt was on her tail. Horson seemed pretty harmless by comparison. Something went wrong. So you've heard everything. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. How was I supposed to know Manga was after Dudu? Heard enough about your plan. Need to know what happened to Ciri now. When'd you last see her? We were on Temple Isle, running from Horson's men. Okay, gleich schon wieder los. Diesmal muss ich das mit diesem neuen Angriff mal ausprobieren, den sie wohl jetzt noch drauf hat. Wann mal schneller Angriff ist X rausweichend, das ist B. Darf ich den Trick erhalten? So was liest man ja auch im Kampf eigentlich nicht. Okay. Hä? Oh, okay. Ich bin ganz sicher, was ich da gerade getan habe. Ah, jetzt greift sie automatisch an. Ja, okay. Gut zu wissen. Dann machen wir das nochmal. Schon sehr praktisch, muss man sagen. Das macht die Flucht einfacher. Okay, Alter Spahn ist da. Oh, und die ist noch... ...auf dem Pferd. Ja, dräng mich doch aus dem Weg. Ich versuche noch ein paar auf dem Weg mitzunehmen, ist aber gar nicht so einfach. Kommen wir denn auf dem Weg hier runter von der Insel? Das führt eher so irgendwie so rauf, habe ich das Gefühl. Was machst du da? Okay. Okay. Woher geht's? Siri! Siri! All right. Damn it! Arrest that man! Ah, what an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the Halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballots. And this one will sell like hotcakes. Ja, ralt sich nicht begeistert aus. Ähm, jetzt sind wir natürlich genauso schlau wie am Anfang der Geschichte, dass wir immer noch nicht wissen muss, wie jetzt, wenn sie sich jetzt direkt teleportiert hat. Beziehungsweise, ja, durch Raum und Zeit können sie eigentlich... Sie kann, glaube ich, beides, Zeit und Raum. Deswegen können sie überall sein. Ja, das war's. Tja, wäre er dann wohl. Mhm. Tja, wäre dann wohl. 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 Ja, wäre dann wohl. Ja, wäre dann wohl. Tja, wäre dann wohl. Ja, wäre dann wohl. Ja, wäre dann wohl. Ja, wäre dann wohl. Ja, wäre dann wohl. Okay. Okay. Series Geschichte. Quest abgeschlossen. Stufe 19. Ich wollte, glaube ich, auf Stufe 19. für irgendwas. Oh, ich glaube, da wartet noch ein Quest auf uns. Die Halblinge. Okay. Und was soll ich mit einem Bild anfangen? Ich hänge mir es ans Pferd. Ja. Kann es hoffentlich gut verkaufen. Das war ja seltsam. Kann das irgendwie drehen oder so? Kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft werden. Ja. Schauen wir mal. Plunder. Es ist unter Plunder eingeordnet. Zu Recht. So, Stufe 19. Konnte ich da schon irgendwas verbessern oder herstellen vielleicht? Wäre das vielleicht sowas gewesen? Wieso habe ich... Ich hatte das Gefühl, ich hätte mir Stufe 19 gemerkt für irgendwas. Ich kann die Katzenarmbrust machen. Das haben wir. Ich habe diese verbessert und diese Nummer erst auf Stufe 23. Zeug, 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 zeug. Könnte sein, dass auch ein Händler irgendwas hatte, was ich vielleicht wollte, was Stufe 19 ist. Ein Schwert oder so. Benötigt Stufe 18. Verbesserte Greifenrüstung. Die sieht ja jetzt auch noch nicht so schlecht aus. Fehlt mir da irgendwas zu? Ja. Eine Greifenrüstung fehlt mir dazu. Kann ich eine Greifenrüstung herstellen? Ja, das ging zu schnell. Katze, Katze, es, es... Nee, ich kann keine Greifenrüstung herstellen. Das ist natürlich blöd. Bringt mir das jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel? Alles zur hohe Stufe. Alles zur hohen Stufe. Alles zur hohen Stufe. Friedensstifter. Habe ich sowas schon nicht hergestellt? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich selbst habe. Ich weiß, das ist jetzt für euch wahrscheinlich weniger spannend, aber ich muss da gerade mal durchgehen. Ich habe einen Punkt zu verteilen. Wie immer. Ach, sie gewinnen. Ach, sie gewinnen. Ich glaube, das werde ich mir jetzt gerade mal tatsächlich so überlegen, ohne das aufzunehmen, das geht dann ein bisschen schneller. Und, ähm... Achso, ich wollte ins Inventar. Runtan habe ich als Stahlwaffe Aschenrohne und Maugren. Ach, ich glaube, das geht schon. Das brauche ich mir kein neues herstellen. Ähm... Okay, dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich werde meinen Levelaufstieg machen und dann suche ich mir eine Quest raus. Ähm... Ja, vielleicht schon bald nach Skellige. Mal gucken. Aber vielleicht noch nicht beim nächsten Mal. Ich muss mir noch die, ähm... meine anderen Quests angucken, meine Nebenquests. Und eventuell gucken wir auch bei dem Rosmarin und Turnieren vorher vorbei. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.